Sie sind hier, 26. Dezember 2018, 8.57 Uhr, von Sport1, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern mit der letzten Siegesserie rückt Ratio Farm Ulm immer näher an die internationalen Plätze Urheberrecht Sport1 Grafik Getty Images in der BBL will Ulm mit dem fünften Sieg in Folge in der Tabelle weiter klettern. Braunschweig kämpft gegen das Abrutschen ins Tabellenmittelfeld. Live auf Sport1 nach zuletzt vier Siegen in Folge in der Basketball-Bundesliga BBL kann Ratio Farm Ulm mit breiter Brust in Braunschweig antreten. In Ulm sorgt vor allem der hart erkämpfte Sieg im letzten Spiel gegen SCR Aesterfechter für gehörig Rückenwind und bringt Ulm wieder näher an die internationalen Plätze. Ganz anders die Ausgangslage bei den Löwen Braunschweig. Mit zwei Siegen aus den letzten vier Spielen ist man in der Tabelle etwas abgerutscht. Ein Sieg wäre dringend notwendig. Sport1 überträgt das Spiel der Ulmer bei den Löwen Braunschweig live. BBL Löwen Braunschweig Ratio Farm Ulm ab 15.00 Uhr live auf Sport1 im Free TV und Stream BBL. So können Sie Löwen Braunschweig Ratio Farm Ulm live verfolgen. TV Sport1 Stream Sport1.etika Sport1.de Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Tika und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr. TV Sport1.de Sport1.tika Sport1.de 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 Sport1.de.